Ich kann diese Dinge immer aus dem Arsch ziehen. Und jetzt verkaufen. Dann töte den doch mal. Das ist nur einer, das sollte man meinen. Der könnte getötet werden ganz schnell. Meint ihr das Gebäude, was? Ein Gebäude. Jetzt sind wir das mal rüber. Da hat man Techniker geerntet. Abgebraucht. Brauche ich nicht. Einheit vielleicht. Geht aber hier. Oh, ihr Baubuch. Dann sollten wir uns erstmal einreifen. Eine gute Idee machen wir vielleicht mal. Einheit verlob. Da geht ja doch nicht völlig sicher. Weil ich hab so... Einheit verlob. Also die eine da. Einheit verlob. Später dann nicht mehr so. Aber fast schon. Krass. Bleck mich doch. Die sind immer noch schade, Angst zu machen. Einheit verloren. Geht mir ganz schnell auf den Sack mit euren Scheiß, Orca-Dingern. Oh, was war das gesagt? Einheit bereit. Ne, Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit verloren. Wir wollen töten die Orcas und wir töten. Einheit bereit. Denn sie nerven mich unglaublich. Ja, Einheit verloren. Naja, es ist besser als im ersten Teil. Aber das ist jetzt nicht so schwer. Meister, weil die nämlich ziemlich scheiße. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Scheiß Bomber irgendwie. Töte den Bomber. Einheit verloren. Ja, auf erledigt. Ja, höre nicht ab. Steuerratmeter bereit. Ziele. Einheit bereit. Ziel für meine Raketen. Ja, wir setzen uns alles klar. Töte den Bomber. Ja, ich verbraue ich da. Naja. Einheit bereit. Einheit verloren. Ja, ich würde sagen, ich... Einheit bereit. Motor ab. Nehme mal meine kleine Panzertruppe hier und greife auf. Einheit verloren. Einheit bereit. So in einer Freizeit so ein bisschen. Ich könnte aber da unten rum fahren, weil da war ich noch nicht. Einheit bereit. Eine Mission, aber... Ich war nie so wirklich erfolgreich damit. Habe ich noch 6 Sammler? Einheit bereit. Dann ist ja alles gut. Ionenwerfer bereit. Oh, schön. Wo jag ich den denn jetzt rein? Weil die Bomben nicht so genervt waren. Einheit bereit. Das ist ja herrlich. Letzte Mission, soll die nicht irgendwie schwierig sein? Hey, da ist bestimmt Geld drin, oder? Ich kriege ihn aber immer Geld. Ja, da ist doch Geld. Und ein Stückchenpunkt wird angegriffen. Okay. Einheit bereit. Oh, hat der überhaupt mal geschossen? Äh, nicht wirklich. Ja, hier. Einheit bereit. Sir. Easy Befehl. So, was war denn jetzt? Gell? Ja. Nieder mit dem Scheißdorf, ey. Nieder mit dem Scheißdorf, ey. Das passiert nur mit dem GDI unterstützt, ja? Ja, hier. Wenn wir von der Rechtsschaften noch Einheit bereit. Einheit bereit. Oh, Aure. Gut, dass man sie auch noch töten. Das sieht einfach scheiße aus. Einheit bereit. Ja, hier. Ja. Hallo, wo bist du denn hin? Ja, Sir. Will nicht, dass du so rumfährst. Mach's nur mit der Scheiße. Ja. Einheit bereit. Oh, da ist noch was. Was ist da drin? Einheit bereit. Oh, gut. Da sind die wohl jetzt entdeckt. Nicht irgendwie richtig früh im Spiel, sonst hätte ich sie da vielleicht gebrauchen können. Einheit bereit. Ja. Einheit bereit. Ja. Einheit bereit. Ja. Ja. Hier. Ja. Wir fahren noch Einheit los. Das ist auch definitiv viel zu wenig. Einheit bereit. Ja. Sir. Bereit, Sir. So, dann mal rüber über die Brücke. Einheit bereit. Wo ist denn jetzt zwei? Einheit bereit. Was ist damit mein blaues Wehrrein? Ich glaube, kack. Sir. Was ist denn der Mist? Da reißt die Brücke mal ein. Einheit bereit. Wow, richtig schnell. Freut mich. Was ist hier noch? Was ist da noch? Was habt ihr noch von mir versteckt? Hm? Hm? Hah-ah! Ah, hier hätte mich noch was versteckt. Geh hier dann einfach. Einheit bereit. Fahr da mal rüber, Junge. Was machen diese Dinger überhaupt? Was bringt die irgendwas, die sie zerstört? Nein. Sieht nicht so aus, aber... Es muss auch einen Grund haben, dass die hier in der Gegend rumstehen. Außer, dass sie gut aussehen. Das ist so, dass die Gebäude sind, aber... Stellen wir vor, wir müssten doch Munition mit dem Panzer hinterherfahren. Wir können wieder oben auch mal zerstören. Was ist hier noch so? Nichts. Oder für eine ganze Menge dafür. So, ich ziehe noch mit der Verstärkung nach. Einheit bereit. Oh, das sind noch so wenig Panzer, habe ich jetzt gefühlt. So, es ist zwei da. So, es ist zwei, macht die Brücke kaputt. Oh, das Makete ist auch bereit. Wie gesagt, das ist noch niemand. So. So. Zu wenig Geld. Lass mal gucken, was die so an Schaden bei diesen Gebäuden... Einheit bereit. Mach sie alle platt, komm schon. Moment mal. Ach, habe ich davon nicht. Einheit bereit. Mist, dein Dummer. Dummer Mist. Hast du die Brücke schon gekillt? Jawoll. Die können sie auch glaube ich nicht mehr reparieren. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. So, ich schalte jetzt erst bei den Sammlern raus. Einheit bereit. Ja. Sieht nur so ungewöhnlich aus. Einheit verloren. Oh, habe ich aber einen Sammler kaputt gemacht. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja. Einheit verloren. Ja. Einheit verloren. Ja. Egal ob ich da 20 Einheit verlieren oder so. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja. Egal überfahren. Ja. Das macht sich sehr gar nichts. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Den stört es schon. Ich tue es nicht. Einheit verloren. So, spontan muss ich 20 Mal wechseln. Einheit verloren. Einheit verloren. Jetzt bauen wir hier auf nichts mehr nach. Das ist mit dem Stil aus. In dem Inno-Platzfeld verloren. Einheit verloren. Tue euch doch mit dem Stil was Gutes. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Ich mach mal das. Senkt eure Stromrechnung. Sie müssen sich die Einzung aus dem judge Поэтому. Zahle nehmen. Es wäre hätte ichar Unauswalt für die Zahlung hier mitgeben. Ich tue nicht. Einheit verloren. Das test nehmen. Nein, was das jetzt ist, könnte die Radarzentrale sein. Könnt auch nicht, Verl pause nicht. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit Verloren Naja, mach sie mal locker hier Einheit Verloren Einheit Verloren Verschieß nochmal zurück Einheit Verloren Einheit Verloren Einheit Verloren Wow, die Panzerarmee wurde ausgeliefert Einheit Verloren Und ich hab die Panzerarmee verloren Einheit Verloren Ich löse sie alle Einheit Verloren Einheit Verloren Einheit Verloren Schön glatt schreit Einheit Verloren Einheit Verloren Zu wenig Geld Einheit Verloren Einheit Verloren Einheit Verloren Tu nicht irgendwas Ihr macht das schon mal Einheit Verloren Hä? Was zur Hölle macht der denn da? Lapper bereit Oh, sehr gut Einheit bereit Ups Kamm, wo oben war das runtergefallen? Bot ist auf Nordseite Einheit bereit So, hier ist alles glatt gemacht Das ist erfolgreich Sehr gut Ziel wählen Gehen wir jetzt langsam die Ziele aus Und das Geld scheinbar auch Einheit bereit Oh, jetzt kommen sie her Sehr freundlich Ich stehe auf 2 Ich stehe auf 2 Ja, laufen meine Obelisten rein Sehr gut Einheit bereit Sammler wird angegriffen Sammler wird angegriffen Und wir stellen die erste Lakete mal auf Einheit bereit Einheit bereit Kommt doch da eh nicht herüber Einheit bereit Ist da noch ne Brücke Ist da noch ne Brücke? Einheit bereit Ist da noch ne Brücke? Nein, hier ist Eis Einheit bereit Jetzt müssen wir das vernichten Ich weiß gar nicht mehr Einheit bereit Das war permanent Einheit bereit Ja, dann können wir die Brücke da unten in die Luft Ja, dann können wir die Brücke da unten in die Luft Ja, dann kann ich die Brücke da unten in die Luft Ja, dann kann ich die Tür die Laterne die macht hoch Erstaunlich wie die Raketen so ne Laterne aussehen Einheit bereit Das ist richtig beeindruckt Wieso hast du dich schon aufgebaut? Hey, diesmal sogar richtig Aber warum auch immer die Rakete kleiner wird danach Äh Die Abschlussvorrichtung meine ich Einheit bereit Einheit bereit Bereit, Sir Ja, Sir Ja, Sir So wenig Geld So ne Laterne hält verdammt viel aus Ja, ihr Ionen werfen bereit Einheit bereit Kein Wunder, dass dieses Straßen Bauzeug da so teuer ist hier ne Ziel wählen Noch 5 Minuten Einheit bereit Whatever Ja, Einheit bereit Ja Einheit bereit Einheit bereit Einheit bereit Ja Ja Dann kanns losgehen Noch 4 Minuten Ja Ja Auf 2 Raketenwaffe aktiv Einheit bereit Einheit bereit Äh Wieso ist das Raketen nicht so wirklich Sinn, muss ich sagen Weil 2 ist Sinn Öfterlich Einheit verloren Äh Ja Hier Bereit Jetzt Einheit bereit Motor an Steuerabwerte bereit Wird Wird hergestellt Wird hergestellt Ah, das ist ein neuer Ingenieurborn Ziel wählen Nee, das sollte schon zerstört sein Haben wir aber noch ne Basis Nein Einheit bereit Oh, da oben wäre noch ein Haufen Platz Noch 2 Minuten Sir Einheit bereit Und Gas Ich könnte mir was kaufen Sechs Was könnte ich denn von Einheit bereit Einheit bereit Nächste Frage Einheit bereit Was ist das denn so gedudelt? Einheit bereit Anreise Zwei Die hier auf dem arabischen Markt oder was Zweite Erdumkreisung abgeschlossen Einheit bereit Ja, ja dann haben wir hier Und machen wir hier ganz locker kleiner, ne Ganz ganz locker Einheit bereit Auch hier ganz locker Einheit bereit Einheit bereit Einheit bereit Ich kann da also nicht schweres drüber fahren Nee, der Sammler konnte überhaupt nicht mehr fahren. Was ist das hier für ein Beschiss? Chillerei? Ich verstehe, wer will. Einheit bereit. Röckel repariert. Es hat auch Zeit hier. Fahrt mal rüber, Jungs. Einheit bereit. Halt ruhig mal wieder selbst auf, wie es aussieht. MianneWS Zu wenig Geld. Einheit bereit. Fahrt mal hier hin. Unionswerfer bereit. Uh, Unionswerfer bereit. Das klingt mir schon mal super stark, muss ich sagen. Den jag' ich dann mal in den B3. Ziel wählen Ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Was ist denn hier noch so alles? Oder noch eine Basis? Ernsthaft? Lackst du mir halt ein. Ne, warte mal, ich fahr jetzt erst wieder runter. Da oben jage ich dann meine Kingsback wieder rein. Einheit bereit. Ha, ich hab das voll erledigt. Ist da jetzt noch eine Basis? Das sind wir nicht so gefallen. Was kommt hier denn hier? Kannst du auch mal ganz reibende Basen? Na ja, okay, wir sind uns durch, kannst du sagen. Oh, ja, wird man die Bärbeln jetzt sammeln. Wie? Ha, ich hab's doch gedacht, was? Tschüss jetzt. So, ist ja noch irgendwas, was mir gefährlich werden kann. Ja, Sir. Und, ja. Oder hab ich dann hier endlich alles erledigt? Steuerrakete bereit. So, und was auch immer da sitzt. Ziel wählen. Tschüss. Ja. Motor an. Hoffe ich zumindest, dass sie jetzt Tschüss sagt. Und? Einheit bereit. Schön, dass wir drüber geredet haben. Wir verledigt. Ja. Hat das jetzt so noch... Oh, ich hab die Anlage hier bestätigt. Einheit bereit. Genau so hab ich mir das vorgestellt. Ja. Hier. So und nicht anders. Ja, jetzt rein. Ich hab nicht immer einen Ansatz. Ja. Einheit bereit. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Einheit bereit. Wie bist du jetzt glücklich? Einheit bereit. Zu wenig Geld. Typisch GDI hier. Ich hab Leute ständig in den Selbstmord. Was ist denn da oben auch? Einheit verloren. Nur das ist. Einheit verloren. So. Das ist das Leute auch. Was ist denn da? Mauer, ja. Einheit verloren. Ohlala. Einheit verloren. So, noch ein Feind wie was? Jetzt sehen sich das auch so. Oha. Zwei mit einem Streik. Und noch ein Stück. Äh, Dingsbum. Äh, Feuersturm. Keiner will. Jetzt kommt das Licht aus. Einheit bereit. Wissen was Strom kostet? Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Ich bin bei der letzten Erde vorangegangen. Ein Langsam sollte ich mal den Klinikum machen. Ja, komm schon. Das Ding muss ich immer mal explodieren. Einheit verloren. Ja. Das ist ja noch eine Basis. Hier. Ja. Ja. Das ist ja gar nicht. Was haben wir denn da eingemaut? Das habe ich jetzt schon mal gewissen. Was ist das? Achso, der Ionenwaffe. Ich dachte, das wäre hier was Schlimmes. Was gefährlich ist, aber... Dank meiner hochentwickelten KI ist das was Schlimmes. Jetzt war es das hier aber, oder? Noch mehr ist er nicht mehr. Ja, ich habe einen Ionenwaffe, das ist ja noch sehr gut. Ich glaube, es ist die Währung. Einheit bereit. Und dann sind wir schon gar nicht mehr weiter.